Ja und willkommen zurück bei Spiel, Spaß, Spannung mit dem Kettwiesel. Naja, Spiel und Spaß lassen wir mal weg, aber die Spannung, die bleibt natürlich. Denn heute geht es darum, wie kriege ich die Achse aus dem Kettwiesel. Ja, denn heute muss ich raus. Heute soll endlich diese Achse hier raus. Ich hatte im letzten Video ja schon gefragt oder gesagt, ihr sollt mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie man diese Achse da rausholt. Ja, so wirklich kam da nichts bei rum. Also keiner ist wirklich schlau, was das Kettwiesel angeht. Ich leider auch nicht, aber ich lasse mich natürlich nicht davon abhalten. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, das Prinzip, das Prinzip des Ausbaus ist klar, aber das Material, das ist ja alles ineinander gefressen, das wirst du nicht mehr heiler auseinander kriegen. Es reicht ja alleine schon, wenn wir uns hier die Achse angucken, hier das Endstück, wo man eigentlich mit dem Werkzeug drauf muss, das ist schon total verhuddelt. Da war schon mal jemand bei. Wie ich im letzten Video schon sagte, hatte er Erfolg, hatte er keinen Erfolg, keine Ahnung. Nur hier jetzt noch anständigen Halt kriegen, ein Wahnsinn. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich wette, wenn ich da mit einer anständigen Rohrzange draufgehe, dann drücke ich das einfach nur platt und mache hier die Zähne weg. Aber jetzt wollen wir mal ehrlich sein. Was soll ich mir hier noch die Mühe geben und versuchen, das irgendwie auseinander zu schrauben? Denn selbst wenn ich es dann hinkriege, dann sieht die Achse hier am Ende bestimmt noch ein bisschen schlechter aus. Und ja, das möchte ich dann auch nicht wieder einbauen. Also kann ich mir die Mühe doch gleich sparen, setze die Säge an und dann hole ich die Achse erstmal raus. Ja, und das Ganze gehen wir jetzt einfach mal an. So, als erstes werde ich jetzt mal die Achse hier mal, die Klemmung werde ich jetzt mal anlösen. Wieso habe ich eigentlich nicht meinen Ratschenschlüssel genommen, wenn ich doch einen habe? Aber ja. Was macht mir jetzt mehr Sinn? Nochmal aufstehen, den Ratschenschlüssel holen oder jetzt einfach weitermachen? Also einfach weitermachen. So. Hätte sich das Aufstehen nicht gelohnt. Ja, davon verspreche ich mir jetzt, dass ich die Achse hier noch ein Stück rüberschlagen kann. Dass ich hier mal Platz habe zum Durchsägen. Andere Überlegung wäre natürlich auch, ob ich es versuche, hier durchzusägen die Achse. Dann bleibt mir noch das ganze Stück erhalten nachher, wenn ich es rausziehe. Um ein bisschen Material zu haben, wo ich anpacken kann, um vielleicht das Rad mal zu lösen. Weil ich würde mir gerne alles angucken, auch in dem Rad, wie es befestigt ist. Da muss ich jetzt mal gucken, wie man am besten da hinkommt. Also ich würde sagen, ich werde auf jeden Fall erst mal das Schaltwerk hier entfernen, das möglichst wenig im Weg ist. Weil es ist immer blöd, um Sachen drum rum zu arbeiten, die aber schnell eigentlich abgenommen wären. So. Alles mal beiseite hier. Hängen wir mal da hin. Okay. Ja, jetzt kann ich mal noch sehen, dass ich eben mal die tolle Bremse hier noch löse, beziehungsweise den Bremsbelach da abmache. So, dann haben wir ein bisschen Luft, dann kann ich das Rad da auch noch rüberschlagen. Also ich versuche es jetzt doch mal zu dieser Seite, um es hier zu trennen. Ich muss nur mal gucken, ich habe gerade schon gesehen, dass ich bei der Flex, ich habe nur noch kleine Flexscheiben hier, ob das reicht wegen dem Halter, ob ich da rankomme. Und sonst muss ich es halt per Hand durchsägen. Aber ich versuche wirklich, dass ich hier durchkomme und dann nach da rausziehen kann. Schauen wir mal. Ja, und wenn mein Gedankengang richtig ist, müssten wir jetzt durch einen zarten Hammerschlapp hier ein bisschen mehr Platz schaffen. Ja. Sehr schön. Da sehen wir die Achse, oder ein Stück davon. Ja, und den eigentlichen Aufbau, gut, der ist schon recht simpel, ne? So habe ich mir das auch vorgestellt. Wir haben halt hier einen Freilauf drauf sitzen auf der eigentlichen Achse, da sitzt das Ritzelpaket drauf. Hier sehen wir jetzt die eigentliche Achse, das hier. So, und wenn wir da jetzt mal genau gucken, ich schaue mal halt aufs Handy, ob man das sieht. Ja, genau, das sieht man hier, diesen Rand, den man hier noch sieht, dieses Metall. Das ist quasi ein Industrielager. So stelle ich mir das auch vor, viel komplizierter wird es gar nicht sein. Achse, Industrielager, hier wahrscheinlich auch Industrielager. Ja, und dann kommt es noch drauf an, wie ist dieses Rad befestigt. Aber los kommt, wenn ich es eh zerstöre, dann machen wir uns jetzt mal den Spaß. Ich setze hier jetzt einfach mal eine Rohrzange auf und gucke mal, ob ich irgendwas gelöst kriege. Weil nachher mache ich so einen Affen und es wäre vielleicht, vielleicht ist es locker, wer weiß das schon. So, hier haben wir unser kleines Rohrmoppet. Drehen wir mal noch ein bisschen zu. Setzen wir mal so auf die Zähne, genau. Na, vielleicht noch ein bisschen. So vielleicht. So, und jetzt. Na, da passiert gar nichts. Jetzt sagt nicht, es hat sich gelöst. Jetzt sagt nicht, es hat sich gelöst. Ich fasse es nicht, tatsächlich. Alter Verwalter. Ja, dann kann man sich hier doch... Haha. So, ich dachte, das wäre fest auf der Achse. Das wäre ein Teil, das da hinten drauf war. Hier diese Sternenmutter oder wie ich es auch immer nennen soll. Ja, seht ihr, genau das sind die Sachen. Wenn man es halt nicht weiß, ja, kann man immer nur Rätsel raten. Okay, gucken wir mal weiter. So. Rätselpaket. Können wir abziehen. Ja, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Alter Verwalter. Gut, dass mal jemand so ein YouTube-Video macht, ne? Wie man so ein altes Kettwiesel auseinander nennt. Da sitzt auf der Seite einfach nur eine Mutter quasi drauf. Wie herrlich. Und ich mache mir da einen Kopf, weil ich dachte, das wäre quasi an der Achse irgendwie verschweißt oder sonst was. Wie geil ist das denn schon mal? Na gut, gucken wir weiter. Jetzt noch mal die hypermoderne Bremse hier. Was ja auch mit ein Hauptgrund war, warum ich überhaupt hier angefangen bin, das Ganze umzubauen. Diese Kackbremsen. So, schmeißen den ganzen Rotz mal weg. Denn, ich meine, wir sind mit den Geheimnissen noch lange nicht am Ende. Ich kann ja die nächste Frage stellen für die Kommentare. Wenn ich diese Achse jetzt rauskriege, ja, danach sieht es ja jetzt aus, und dieses Rad hier heile runterkriege, so, dann will ich ja meine Stermi Archer verbauen. Wie kriege ich hier den Kraftschluss auf die Stermi Archer Narbe? Das muss ich mir dann mal genau angucken, oder vielleicht kann es mir ja auch einer verraten. Ich bin halt nicht allwissend. Ich eigne mir das selber immer an. Ich nehme die Sachen immer auseinander und schaue dann. Ne, also ihr versteht ja, wir haben ja hier quasi die Kraftritzel gibt auf Achse. Achse dreht sich. Würde ich die jetzt in ein normales Rad, die Achse, stecken? Ja, würde sich die Achse drehen, aber das Rad würde stehen bleiben, weil ich keinen Kraftschluss dann zwischen Rad, äh, zwischen Achse und Narbe habe, also dem Rad. Weil ich ja Lager da drinne habe. So, wie kriege ich da den Kraftschluss hin? Einfach die Lager rausnehmen, geht ja nicht. Das haut ja auch nicht hin, so leicht kann es nicht sein. Also, vielleicht kann mir da der eine oder andere ja mal weiterhelfen. Das wäre doch auch geil. Weil ich würde halt sehr gerne, da ich es ja nun mal habe, oder sogar die eine erst noch gebaut, das eine Rad noch gebaut wird, die Sturmy Archer halt verbauen. Und nicht irgendwelche speziellen Narben, die es dafür gibt, sondern ich würde gerne die Sturmy Archer hier dann reinknallen. Aber, ja, wie kriege ich den Kraftschluss hin? Schreibt in die Kommentare. Ich sehe jetzt schon den ein oder anderen Hase-Mitarbeiter, ja, der sich gerade dumm und dämlich lacht am Monitor und denkt sich, ich könnte es ihm ja verraten. Mach ich aber nicht. Gut, aber jetzt wollen wir die Achse endlich rausholen. Und dann haue ich mit dem Hämmerchen. Okay, ich brauche ein bisschen Liebe. Dann geht das. Gut. Jetzt, ah, Gewinde, verkehrt rum. Da muss man auch immer erstmal dran denken, ne? Na, jetzt sind wir aber gespannt. Ja, aber so in etwa habe ich es mir vorgestellt, ne? Ganz simple Achse. Industrielager drauf. Die sich auch nicht mehr so schön anhören. Und, ja, mehr ist es gar nicht, ne? Aber hier mit dem Rad, da bin ich gespannt, wie man das da rauskriegen soll. Ja, aber auch hier mache ich mir jetzt erst wieder die... Wo ist sie denn hin? Da ist sie. Alles wieder drauf. So, hier. Ah, das ist ein Distanzstück einfach nur. Distanzstück. Ja, und ist nach vorne abgeflacht. Ja, wegen dem Ritzel, ne? Denke ich mal. Ja. Okay, alles erstmal drauf. Die auch wieder drauf. Dass wenn ich gleich hier mit rumhantiere, ja, dass wenigstens nichts, nichts am Gewinde passiert. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob wir dieses Rad da irgendwie runterkriegen. Dazu, denke ich, haue ich das Teil mal in den Schraubstock. So, da haben wir unser Rad mit der Achse im Schraubstock eingespannt. Ich habe da jetzt mal Holz zwischengemacht, damit das, ja, damit die Achse nicht vernudelt. Vielleicht sollte ich auch den Schraubstock erstmal festmachen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe hier und da gelesen, dass die auch verklebt werden. Die Räder, also mit der Achse. Dann kann es nicht schaden, da warm zu machen. Und auf der anderen Seite ist es so, bei so alten Murks kann es nie schaden, wenn man es warm macht. Davon mal ab. Letztendlich wird es ja so sein, dass der Aufbau, wenn man hier mal hinguckt, diesen Teller, den man hier sieht, hier außen, das wird so was sein in der Art wie eine Hülsenmutter, sage ich jetzt mal, so in etwa. Also hier unten halt dieser breite Aufbau und dann in der Mitte, kann man das sehen an der Kamera, haben wir das Gewinde. Ja, das wird dann innen reingehen, was weiß ich, so ein kleines Stück. Und da ist wiederum die Achse draufgedreht. Jetzt frage ich mich natürlich immer so als Normalo, wieso mache ich mir hier nicht was drauf, was ich auch mit einem Schlüssel von außen wieder losdrehen kann. Aber diese Frage, die kann ich leider nicht beantworten. Mir bleibt halt nichts anderes übrig, als ja, experimentieren. Aber wenn wir mal genau hingucken, können wir auch schon sehen, dass hier schon Öle verdampfen, verbrennen, wie auch immer, fängt an zu qualmen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wir müssen ja, wenn das innen verklebt ist, ich sag ja unter der Voraussetzung, dass das so stimmt, was man in den Foren so gelesen hat, sich zusammengelesen hat. Und wenn das so stimmt, dann müssen wir die Hitze ja innen reinfegen, auf die Achse fegen. Schön ist, wenn einem das Gelumpe hier nichts mehr wert ist, wie diese Nahe, dann kann man damit ruhig umgehen, wie man will. Hauptsache, man kriegt es auseinander. Jetzt versuchen wir einfach mal unser Glück. Es dreht sich im Holz mit. Das dachte ich mir schon. Das gibt hier nicht den besten Halt. Aber ich will auch nicht auf die nackte Achse gehen. Nee, das funktioniert so schon mal nicht. Und ich sollte meinen Schraubstock vielleicht auch mal festmachen. Verdammt. Das funktioniert schon mal nicht. Ja, die nackte Achse werde ich jetzt aber nicht einspannen, sonst mache ich mir die nur kaputt. Bisher ist ja noch alles heile. Dann lassen wir es auch heile. Ich werde jetzt einfach mal hier mit der Flex einen Cut reinmachen und versuchen, ob ich das mit dem Schraubendreher dann und Hammerschlägen gedreht kriege. Jetzt kommt die große Frage. Links- oder Rechtsgewinde? Ich habe keine Ahnung. Wie war sie in den Schraubendreher? Ja, sich der schraubenzieher in das material aber zu drehen ist da immer noch nichts ja das heißt ja nicht lang rum machen flex noch mal ansetzen überall noch mal schlitzen und gucken ob man das teil nicht irgendwie gespreizt kriegt jetzt aber jetzt war es eben zu viel jetzt kriegen wir sie runter gedreht die achse oder halt das rot wie auch immer man will also war es tatsächlich nur hier auf der außenseite ja dann frage ich mich aber tatsächlich wieso baut man hier nicht irgendwie in schön dass man mit mit einem nuss oder was weiß ich oder mit einem thorax oder ähnlichen drauf kann wieso macht man denn so eine kacke ja da war das gute stück ja wie ich erwartet hatte damit die narbe jetzt aber eh nichts mehr wert ist kann ich ja mal versuchen von hinten zu schlagen ob was auf der anderen seite rausfliegt ja dazu legen wir uns jetzt das rad mal auf dem boden ein holz darunter damit wir ein bisschen luft kriegen und dann nehmen wir mal eine zarte gewindestange hauen die da mal rein und dann lassen wir einfach ein bisschen abstand und dann mit einem hammerschlag und das hört sich doch schon ganz gut an ja tatsächlich und da haben wir es draußen das ist das wichtigste teil dadurch wird das rad gehalten beziehungsweise kraftschlüssig verbunden mit der achse ja und das wird dann das nächste geheimnis sein wenn ich meine stormy archer kriege die dann mal auseinander nehmen beziehungsweise ja gut die sieht aus wie jede andere narbe auch von innen aber ja sich das mal genau angucken und dann mal schauen ja was kann man sich selber bauen um diesen kraftschluss von achse auf narbe hin zu bekommen ja und da hätte ich doch gleich ein super sonderangebot für euch ein original hase catwiesel laufrad kaum benutzt und nur minimale gebrauchsspuren im hand umdrehen einmal mit dem lappen drüber und schon hat man wieder ein laufrad das ist wie neu ja das war natürlich alles nur spaß denn mit diesem murz hier da kann keiner mehr was anfangen aber das wichtigste für mich war ja auch die achse erstmal raus zu bekommen zu gucken wie ist das aufgebaut kann ich damit jetzt was anfangen oder nicht kann ich das neu aufbauen und ja da muss ich gucken dafür brauche ich natürlich erst meine ganzen anderen teile auch um das wieder aufzubauen hier und ja wie das mit den lieferzeiten im moment so ist ja teile christ du nicht mehr an jeder ecke da muss man sich auch schon mal gedulden darum werdet nicht ungeduldig wenn das ganze sich ein paar wochen hinzieht das ist dann nun mal so aber ich habe ja auch noch den fahrrad wohnwagen dahinter mir und ja da steht natürlich auch mal wieder eine tour an zeit wird meine erkältung hat sich ja so lange hingezogen selbst jetzt habe ich noch mit husten zu kämpfen da wollte ich nicht unbedingt schon raus in die kälte das muss ja nun auch nicht sein gesundheit geht vor aber zeit wird mal wieder ja und dann schnack ich auch gar nicht mehr lange rum mir bleibt an dieser stelle wieder nicht mehr zu sagen außer